Hier kommen wir hoch. Okay. kein gesichtskrappen sie tut es ja nein nein lebt als ob wir dazu gekrabt ich bin mit der tastatur wer es noch nicht bemerkt hat weg 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 Grüßes Krabben, weg mit euch. Hier muss ich lang. Grüß Krabben. Nein, nein, nein. Hier gehts lang. Nein, 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 nein. Nein, nein. Da muss ich lang. Hier, weg hier. Verdammt. Checkpoint gab es nicht. Wo muss ich links? Das ist wahrscheinlich wirklich besser mit Kontrolle. Ich habe jetzt keinen. Ich muss halt mit dem PC gehen und mit der Tastatur gehen. Mit der Maust und der Tastatur. Hier unten lang. Ich renne ja schon. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Nein, 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 nein. Böse, 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 böse. Ganz böse. So rein hier. Erst mal kratzen, nachdem die ganzen Krabben hier. Okay, das ist gut, Leute. da geht es hoch ist hier irgendjemand und dein Wesen ich will die Kiste hier runterwerfen, das Ding hier oder auch nicht wo sind wir hier ist noch eine Totenstadt hier was für eine beunruhigende Stadt hier ist einiges noch etwas da geht es rüber da geht es rüber doch ist nicht an wenn wir miauen ja da passiert was mit mir ja da müssen wir rüber kommen da kommen wir hier und hier rüber und da kommen wir hier und rauf ja aber ich verstehe nicht da kommen wir hier irgendwie rauf können wir die Kiste verschieben ja 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 kamera winks wieder sehr süß süß kamera aber ich schätze mal hier weiter so ja so was faktiges ist Jetzt lang herunter. Ist wieder eine Kamera. Oh nein. Nein, nicht schon wieder. Ich habe gerade schon wieder Angst. Wann ich schon wieder so tief fallen? Da, Mensch. Das ganze Stahlträger rüber. Was machst du, die Katze? Ich kann das hier doch nicht enden. Jetzt ist noch was zu gucken. Können wir den selben Weg nochmal gehen? Ich kann das hier noch einmal hin. Ich muss das hier noch, wie ich mir das hier hinfügt. Ich kann 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 das hier hinfügt. Aha, hier wird es gut. Jetzt noch. Dann müssen wir noch. Okay, ich hab das oder was? Hier ist die Kamera. Okay, können wir hier langs. Da müssen wir mit einer einmal einschmeißen. Oh, den Schalter drücken. Den Knopf. Ne, ich mach das Ding. Die Wohnung. Okay, wo sind wir hier gekommen? Das war ich alles nicht. Das war schon so. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Körper für Donut erforderlich. Okay. Piep 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 piep. Durch die Tür gehen. Okay. Wir müssen auf der Tastatur rumlaufen. Okay, wo sind wir hier? Wir nutzen die Technologie. Wir müssen auf der Tastatur rumlaufen. 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 Hier ist noch einer, in der Box. Mal die Computer hier aus. Mal das hier an. Oha, ein Geheimgang öffnet sich. Oha, ist ja irgendwie gruselig. Da war es drin, in der Gäste. Das haben wir da. Können wir den Roboter? Ja, das war es drin. Ja, das war es drin. Was machen wir jetzt damit? Erstmal eine Giste spielen. Da passiert was. Das Gefühl, das müssen wir... Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ja, ich weiß nicht. Das war doch der Roboter, das war doch das Gesicht von dem Roboter, oder nicht? Können wir hier mit uns, hier irgendwo was mit anfangen? Okay, wir haben die Fälle hingezogen. Oha! Was bist du denn? Oha! 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 wo geht es aus der wohnung raus vielen dank das ist ein ingenieur Diplom es gehört dem wissenschaftler für den ich gearbeitet habe ok ist eine stabile tasse wo geht es jetzt hier lang wir brauchen Schlüsse um aus der wohnung raus zu kommen den haben wir dabei ach so hier ok raus geht es der schnappe das ist aber hell hier jetzt bestimmt ein achievement für meine alte Farbtöpfung gibt das ja ich baue eine kommt 0476 sind keine Null. Das kann es also nicht sein. 2446 und 2466, wie war das? 7889 ist hier noch. 4457, das kann es sein. 4457, das kann es sein. Gut, ist gleich 3748. Aha. 3748. Aha. Da muss man sich nur mal ein bisschen umschauen. Oh, schau dir mal diesen Ort hier an. Aufzudrinken. Ich glaube, der ist wichtig. Ich weiß, dass wir nach oben müssen. Ich weiß, dass wir nach oben sind.